6 Days Left Wer ist das denn? Ich grüße euch Ich bin Mitsuki Konishi Und diese Woche Spielleiterin Wer ist die eiserne Jungfrau? Ey, das war eine Frage Das ist die eiserne Jungfrau? Vorwärts Ich habe keine Zeit für dich Wie primitiv Glaubst du etwa, ich weiß nicht, was ihr vorhabt? Ihr wolltet die Missionen ignorieren Und irgendwelchen Ärger machen Ja und, ich bin Reaper Ich habe keine dämlichen Missionen zu erfüllen So habe ich mir das gedacht Leider muss ich dir mitteilen Dass du gestern offiziell von den Reapern ausgeschlossen wurdest Ab heute bist du einfach ein Spieler Pff, was soll's? Ihr könnt mich nicht rausschmeißen, ich geh von selbst Stell dich nicht so kindisch an Du meinst, ich stell mich an? Nein Mir scheint, dass das dein normales Verhalten ist Haha, gut erkannt Äh, Kumpel Sie macht sich über dich lustig Was? Ich kann die Evolution leider nicht umkehren, um mich mit dir zu verständigen Deshalb fasse ich mich kurz Du bist ja zwar ein Spieler Aber du hast gegen die Regeln der Reaper verschossen Das heißt, dich erwartet eine Strafe Hat man dir erklärt, dass die Lebensdauer eines Reapers von seinen Punkten bestimmt wird? Ja und, macht das was aus? Du hast nur Punkte verdient Nicht gerade fleißig, würde ich sagen Ihr wolltet, dass ich neues auf die Spieler hetze? Dafür bin ich nicht bei euch eingestiegen Moment, der Spielleiter hat's letzte Woche doch verboten, dass die Neues da drauf Ah ne, der hat ja die Speziales los Ok, ich hab nichts gesagt Ich hab nichts gesagt Ist alles logisch, ok Dann weiß ich nicht, warum sonst Der Erfolg einer Person beruht auf dem Opfer einer anderen Und außerdem, wenn ich mich nicht sehr irre Sitzt der einzige Grund, warum du Reaper geworden bist, auf deiner Schulter Ein kleines Neues Das ist doch billig Halt die Klappe, du hast ja keine Ahnung Wie du willst Null Punkte, damit hast du noch etwa 5 Tage zu leben Einschließlich heute Was? Fünf Tage? Dann halt ich gar nicht das ganze Spiel durch Die Fliege eines Reapers Sind keine 6 Cent, um zu tun, was du willst Denk darüber nach in der Zeit, die dir noch bleibt Und jetzt, Spieler Um deinen Sturz in die Ungnade zu honorieren Werde ich noch deine Teilnahmegebühr beanspruchen Was? Nein! Ich frage mich, was dir wohl das Liebste ist Vielleicht Dies ist Neues Stimmt doch, oder? Geh sie wieder her, du einzelne Hexe Ich habe eine bessere Idee Wenn es dich so sehr ablenkt Nein! Lass das gefälligst! Ein Pin? Ein Eis wurde ausgelöscht Ein Pin Also ich muss sagen Hättet ihr nicht diese Krallen Wäre sie kein Reaper Und wäre sie nicht so verdammt Wie ihr Charakter einfach nicht so verdammt scheiße Ich würde mit ihr ins Bett gehen Ah ja Ich gucke halt nur auf Boobs Bitte sehr Viel praktischer so Jetzt kannst du dich auf meine Mission konzentrieren Du Gib mir diesen Pin Er ist die Mission Wie wär's mit Besiege mich Du hast sechs Tage Zeit Jetzt wisst ihr, was ich in das Teil da rein tun wollte Aber Ich kann leider keine sechs Tage einstellen Tage? Oder bist du dann tot? Je nachdem, was früher passiert Yo, ich brauch keine sechs Tage Ich bin das gleich hier und jetzt zu Ende Die vorher sorgbare, überstürzte Reaktion Lass mich ausreden Wenn du weiter so unbedarft vorgehst, wirst du scheitern Ist es dir egal, was aus diesem Pin wird? Verdammt, das ist unfair An dieser Stelle werde ich mich an einen gewissen Ort begeben An diesem Ort bleibe ich für die nächsten sechs Tage Ihr müsst mich finden Also wie beim Verstecken spielen Wir brauchen dich nur zu finden Das ist ja leicht Korrekt Wir nennen das den Reaper Sport 2 Verstecken spielen Ich habe etwas passendes für dein Alter ausgewählt Was hast du gerade gesagt? Viel Glück Oh, und hier Das wirst du brauchen Ein Spielerpin? Ich freue mich schon zu sehen, wie du dich windest und quälst Nicht in der Lage, mich zu finden Nicht in der Lage zu verhindern, dass der Tod dich findet Pass auf dich auf Yo, komm zurück, verdammt Der Timer Verdammt, siehst du, komm Das ist der Weg zum Team 4 Yo, vergiss nicht für los Shibuya Wir müssen ja nach, Mann Ich brauche diesen Pin Sonst hat es keinen Sinn, Komponist zu werden Was? Warum? Dieses Neues, das du bei dir hattest Das ist kein Neues, Kopfhörer Komm, los jetzt Es ist kein Neues Yo, sie ist da lang gerannt, Kopfhörer Richtung 10-4 Lass sie bloß nicht davon kommen Gehen wir erstmal in die falsche Richtung Uh, Schweine Reuss Darf ich nicht vergessen Und ich verkack's tatsächlich immer noch Jetzt aber nicht Sag ich doch Easy Affenherholung Ja, wie geil So, 10-4 Aha, Fusionsbonus Rein Mörgelfreie Flucht Dienstverteidigung Noch eine Mauer Am Ende dieser Straße Nee, diesmal nicht Moment Du nicht das Deutschgeknalltes Erholt mir gute Ratschläge zu geben Ich rede von dem hier Diese Mauer lässt sich mit meinem Schlüsselpin der Stufe 1 öffnen Der, mit dem du gestern die Mauer geöffnet hast Sie hat vergessen, ihn mir abzunehmen Bitte sehr, offen Und jetzt los Dogen Sucker Verdammt Wo ist diese Reaper-Schlampe hin? Hab ich dich, Verräter Wer zum Teufel bist du? Ein Reaper Yeah, hätten wir so nicht gemerkt Und, weißt du was? Ich bin jetzt ein Spieler Du darfst mich nicht anfassen Was? Hast du das Memo nicht bekommen? Der Underground ist im Ausnahmezustand Was soll das für eine Ausnahme sein? Wenn die weitere Existenz des Underground in Gefahr ist Erhält die Neutralisierung des maligen Elements höchste Des maligen Elements höchste Priorität Sorry, man, ich verstehe Keine streberge Quatsche Das heißt, das Verbot, Spiele anzugreifen, ist aufgehoben Du bist für mich jetzt eine wandelnde Belohnung Ich werde zum Offizier befördert, wenn ich dich auslösche Ha, ist schön für dich Zeig, was du kannst Aber ich bin zäher, als du glaubst Nicht, wenn ich einen O-Pin habe O-Pin? Was denn das? Damit bin ich ein Dutzendmal stärker als normal Jetzt bist du das Tode des Daisukono Oh nein, so nicht Du willst es ja so haben Wow, ernsthaft? Habe ich auf leicht stehen? Oder was ist gerade los? Ich bin unaufhaltsam, yo Das sage ich euch Angriffsbonus Wie das denn? Der Pin hat nicht funktioniert Ha, du kannst auch nur reden, Mann Er funktioniert nicht, weil du schwach bist Ich habe dich unterschätzt Da ist Kono Sag das ja nicht Sei zu Was? Vergiss es, Mann Wir haben ein größeres Problem Mit dem Ausnahmezustand Wir müssen jetzt Reaper abwehren Verdammt Warum müssen wir uns gerade dann helfen, wenn wir viel zu tun haben? Wie ist es nur so weit gekommen? Äh, weil du sie verraten hast So, das heißt, ich bin schuld? Naja, ist ja nicht so wild Wir müssen halt die Reaper ausschalten, wenn sie was versuchen Okay? Von mir aus Also los, dürfen wir die eisernen Jungfrau Ist aber schon komisch Die Spielleiterin hätte uns einfach ausfaschen können Aber hat sie das nicht getan? Warum gibt sie den Umweg über diese seltsame Mission? Yo, los jetzt! Okay Noch ein Pick Pigi-Pigi-Pick-Pick Komm her Der Beat, der reißt mich irgendwie immer mit Der reißt mich immer mit Du kennst das eine Kampf Der arme Pigi Lolita Fledermaus Hey, hast du das gesehen? Matzenerbeisen, Gesicht Blöde Mauer Schlüsselpinn, Schlüsselpinn Kapiert Los Hör auf zu rennen, Feigling Was ist das, ey, ist Die versteckt sich in dem Gebäude Das ist unsere Chance, Kopfhörer Erledigen wir sie gleich Wow Hey ihr zwei Perfektes Timing Oh, du bist Was willst du, Mann? Wir haben's eilig Ja, wir haben jetzt keine Zeit für dich Ach, das ist aber schade Für euch Was sagst du da? Mir hat echt Glück heute Ich hab echt Glück heute Die Belohnung fällt mir einfach in den Schuss Moment Das machst du nicht Hm? Weißt du, dass wir dich klapp machen, Stachelschwein? Äh, verlass dich besser nicht drauf Ich hab heute eine Glücksträhne Tickets für unsere Show heute Ausverkauft Das ist das erste Mal für Deathmerge Kometenhaft Ach ja, schön für dich, Mann Geh mit deinem Mikro spielen oder so Aber bleib mir vom Leib Sorry, abgelehnt Ich weiß nicht, warum sie einen Preis auf deinen Kopf ausgesetzt haben Aber ich hol ihn mir Außerdem, wenn du ihn Underground in Gefahr bringst Ist das uncool Mir gefällt das Doppelleben zwischen Underground und Rearground Als ob ich hier der Böse wäre Für mich bist du das Also Da ist Konurjo Bito Lai schmilzt dein Gesicht Waaaa Dai Bi Was? Ist das ein Zauberspruch? Hey, sag diesen Namen bloß nicht Namen? Soll das heißen? Ja Ist das dein Ernst? Ich weiß, dass es doof ist Sag einfach Beat Dann los Da ist Konurjo Bito Waaaa Der Zeich geheim Oh, 3 Minutes of Clapping Auch geil Weißt du was? Wir machen erstmal den Keep it up Keep it up Keep it up 3 Minutes of Clapping Stop 6,4 Das ist ziemlich gut Das ist ziemlich gut Das war krass 6,4 Beat Sticker Hört Nekos verteidigen Solange er Beat als Partner hat Je mehr dieser Sticker Ja Verdammt Ihr seid echt hart Genau Und jetzt nämlich Beat Ist das alles Was ihn interessiert? Das hat Zeit gekostet Los, gehen wir weiter Hey Langsam Mach fertig Was du angefangen hast Mich Dich fertig machen? Mit dir wollte ich Gar nicht erst anfangen Und ich hab auch gar nichts Gegen den Underground Du musst ein Konzern spielen, Mann Geh und rock ab Willst du etwa deine Fans enttäuschen? Mann Heute ist echt mein Glückstag Danke Kopfhörer Dir auch Daisuko Daisu Heißt der Daisuke Daisuko Daisuke Nojo So Daisuke Nojo Yo Daisuke Nojo Hey Du hast praktisch drum gebeten Hey Rieg dich ab Dai Ich meine Beat Hier Das für dich Was gibst du mir da, Mann? Mein Schlüsselpin Ist das nicht verboten? Egal Ich will niemandem etwas schuldig bleiben Na dann Danke, Alter Komm Kopfhörer Also Du kannst das Gebäude nicht verlassen haben Wer? Die äiserne Jungfrau Meinst du Konishi? Die haben die Spielleiterin hineingehen sehen Was? Nein Da habt ihr euch geirrt Da ist niemand drin Ich hätte sie hier reingehend sehen Du hast sie nicht gesehen? Aber sie ist direkt an ihm vorbeigegangen Trotzdem macht ihr nicht den Eindruck, dass er lügt Fuck Fuck Ich hab ihn Aaaaaah Scheiße Da kommt ja jetzt ein Bossfight Ja, hab ich völlig vergessen Ich muss nochmal trainieren Hey, ist jemand hier drin? Ich sagte Hey Seht ihr? Niemand Was war das? Schnellkopfhörer Hey, hast du das gehört? Der Schrei kam von drinnen Worauf warst du denn da noch? Na gut Sei nur vorsichtig Alles schwarz Hey Hey Stachelschwein Alles okay? Jetzt heben wir uns mal um Was hat sie mit dir gemacht? Mann, was im Henkel geht dir vor? Was ist das? Sieht aus wie ein Hundehalsband Das ist das Ding, das Triple Seven anhatte Was macht es denn hier? Sie hat ihn ausgelöscht Was? Diese miese, dreckige Ich kann sie sowas tun Wo ist sie? Ich bringe sie zur Strecke Hey, Achtung Hier ist was drin Pss Noise Wir finden sie Aber erst erleben wir das Die lacht uns aus Die Schlampe Die Schlampe lacht uns Er ist klein aus Das ist besser I don't think so Jo, man Hiet Hiet Nein Bei der Ernst Wauw Oh! Ernsthaft? Alter! Was ist das für ein Vieh? Alter! Alter! Basta, sei weg! Ah, scheiße! Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Booyah! 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 Oh! I don't think so. Booyah! 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 Verlust den Wert. planes, planes, um zu sehen. So, ruhig halten. Scheiße. Wir kriegen dich noch. Glaub mir das, mein Freund. Wir kriegen dich noch. Ach, ich kann schon wieder. Da lang, Beat. Da lang, Beat. Schön da lang. Ich glaube, das war zu spät. Ich glaube, das war zu spät. Ich glaube, das war zu spät. Fuck. Könnte vielleicht noch klappen. Das war zu spät. Scheiße. Warum sind da schon wieder so viele? Bleib da. Ich glaube, das war zu spät. Let's do spät. Und ich glaube, das war zu spät. Wow. Die kann ich mir alle besiegen. Oh, fuck. Jetzt ist es gut. Na los. Scheiße. Na los. Mach das Drecksvieh. Wow. Wo ist das Drecksvieh? Ah, da. Hä? Ach, du warst scheiße. Wie fertig. Es war auf einmal ne kleine Video, aber sorry, ich hab sie nicht gesehen. Es ist aber ziemlich lang das nicht angelassen, muss ich sagen. Aber ich war auch verdammt scheiße. Ja. Beatsticker. Vergrößert die Anzeige von Beats Partnerfilm. Vergrößert die Anzeige von Fähigkeiten im Koop Modus. Ja, das ist gut. Zieh einen Kreis im leeren Raum. Ja, scheiße auf den leeren Kreis im Raum ziehen. Zeig dich, Eisengesicht. Sie ist irgendwo hier drin. Such weiter. Style. Chapter close. Chapter close. Muss ich ja nicht übersetzen. Vielen Dank.